buchgrün ich glaube ich hätte ein Monster Club zu nehmen und so ist er nicht mit und ich bin nicht Brotra Brotra hilft ihm ach ich habe ihn die die Verbesserung ein bisschen heute und das nicht was ja so ja hallo und gut besser um das ist genau also ich bin draußen um ich bin draußen um ja willkommen zu misscredit diesmal mit einer etwas und nun wundet er ist hier drinnen wer braucht militärer ist das hier nur hässlich zu grünen also es ist mir ist das hier ich das gibt es meiner frau du hast schon was dickes an bingern und ich habe einen ganz einfachen pulli an ja dann kleide dich um du hast jetzt ein Ding du musst du umkleiden nicht alles ein kassieren hier Ego schwein es hat so schön sie beleuchtet also ich muss unbedingt was nehmen aber es geht nicht hören aber es bleibt zu grün und hässlich ist aber die Jacke hätte zu nehmen können aber der Juni hat sich schon gesagt der friert mehr wieder Warte ist schon hier oben ja Magus 1 was war es noch Prozent für Tabletten und die Weisen die Weisen die Red Pillen macht also ist aber weiß was gut ist es geht nicht höher auch auf der Zeit und auch alles hessisch aus alle grünen und Bier hilft immer an was sind Tomate also ist doch kein Bier es sind Gründomaten mit einem Euro also ich guck mal nach dass ich in die Daußersfälle draußen stehen keine Pillen ich stehe immer irgendwo im Nachttischhörse auch hier da haben wir eigentlich das Auto geparkt aber das ist jetzt nicht mehr da nur da werden sich andere bedient haben wir waren ja schon Wochen nicht mehr drin hier also hier ist leider nichts mehr und wir müssen auf Reisen gehen soll ich dann meine Zündkerze in der ganzen Scheibe rausschmeißen ja schmeiß raus Tanja oder warte mal ich guck mal ganz kurz was auch vielleicht da hinten ein Auto steht aber ich glaube nicht ich hab ne Batterie drin, ne Zündkerze kaum spielt man mal Arma drückt man immer auf Tab-Taste zum Inventar kann ich das hier ändern? du kannst hier alle Spiele immer auf Tab-Taste legen kann ich das hier ändern noch? du kannst, du weißt du, du kannst doch wie das hier alles ändern hier ok, du brauchst, kannst wegschmeißen, hier gibt's kein Auto ja der Retter hat die Bescheidung das bin ich ich bin draußen haben wir aber Waffen? ja, ganz viele richtig geladen oh ja aber der andere war besser, da waren wir richtig gut eingedeckt ich hab ja hier noch lauter Patronen was hast du, welche? 357er wer hat 357? ich auch nicht, das ist ein Revolver 308 ne, ich hab 9mm 9mm, dann die Armbrust 3mm hab ich auch 10 Patronen hm, das ist gut ja aber hast du auch selber Patronen-Frau für deine Waffen? ja 29er-Frau auch so hässlich, Gröni, alles iiiiih und ich hab gedacht, das wäre damals ein Bug gewesen weiter hallo, willst du mir keinen Hutschel oder warum hängst du mir am Hintern? ja, geht weiter auf die Anzeige nein, nein, bleibt nur bei 39 ich bin jetzt einer von denen ich bin jetzt 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 ok, oh, sieht das eklig aus da, alles da, guck mal, Schatz da, die fett lila, ey fett, die Tonnen sind nicht blau die sind lila bei mir durch das grün was es grün und blau gibt? lila, oder? gelb blau und, was? blau und grün? gibt gelb blau und grün gibt auf jeden Fall lila, guck ne, rot und blau gibt es grün ne, rot und blau gibt es grün rot und, warum hab ich dann lila Dosen hier? was sind das wirklich, wie sehen sie über die aus? gar keine doch blau, ah, es ist blau Tonne, Pappe also dann schmeiß ich da mal was rein hier weil die Umwelt würde ich nicht verschmutzen also, Jungs, wir müssen in die Stadt gehen, Markus weißt du, wo es zur Stadt geht? wo grad? wir müssen ja heute eine Base bauen, haben wir ja gesagt, ne? ja, ja, ihr seid die Sklave von uns und ich und Markus holen uns einen Campingstuhl und trinken Limonade wer hat 45er? ähm ich er sagt immer ich, immer also die, die HK, ne? von der Dings, die Pistole ich hab 45 ACP, hab ich 45 ACP, genau, da hab ich 6 Schuss warte, ich hab insgesamt der 7 war 11 Schuss, hab ich passt von den 9mm hab ich ein Magazin, hab ich dafür da passt ich hab 10 Patronen dafür aber keine Pistole, ne? nein ich hab aber du, ich hab ein anderes ich hab ein anderes HK 45 ACP Magazin, ein ganz komisches ja, aber die ne, hab ich keine Pistole dafür ok das ist das ein Magazin ich hab noch ne 9mm Pistole ich komm mal zu euch ja, also irgendwie müssen wir uns einigen jetzt hier mit den Waffen schnell, ja? oder genau dann certain dass nicht jeder die gleichen Patronen mit dado also, also pass auf also, ich würde gerne die 9mm behalten ok und ich hab ne Pistole und, 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 und ne, und, eh, uhiny systematic äh ein Pumpgun eine Pumpgun, eine Daktical 12 GA ok also ich hab noch für euch einmal die 308 Rounds hab ich noch da brauch ich nicht ja ja aber vielleicht gibt er die Waffe dazu ja? hast du 308 Rounds? nope ich habe einmal ok ich habe einmal 22 Rounds 45 ACP und diese 12 GA für die Schrotpfinde ok pass auf Sammy die ACP hast du die Waffe dazu? ich kann grad gar nicht unloaded hast du die Waffe dazu? für die ACP? ja 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 ne Bistole mit dem roten Griff ja die hab ich auch dann wirf sie weg ok pass auf dann Sammy du kriegst die ACP Waffe hab ich doch nein ich hab noch Munition dafür da deswegen ja aber Julian muss ja auch was kriegen nicht? ja dann kriegst du Steine noch in der Tasche? pass auf ja pass auf dann kriegt er von mir dann kriegt er von mir und zwar einmal die die Bogen? die 7,62er wo ist denn Bogen? 7,62er? ok das hört sich gut an 7,62er das ist ein Gewehr das ist ein Gewehr und zwar ist das einmal 16 Schuss mit 30 Magazin wieso höre ich dich nicht? ich weiß sag mal die Waffe weg oder? ja ich schmeiß weg Moment mal ich hab 3 was? einmal die 9 mm dann die wo Sammy hat und noch eine andere ja aber die kannst du wegschmeißen in die Sachen weg und weg mit der Pistole da Moment mal ähm ist wenigstens leer die Pistole? Irgendjemand hat da aufgehoben also was ich hier drin habe das verstehe ich nicht ich hab 3 leere Magazine und zwar von 10 Rounds HK45 SCP das ist ein Maschinengewehr glaube ich also die benutzt die gleichen Patronen wie die Pistole wo ich habe die 45er aber das sind andere Magazine ich rufe sie mal raus hier drei Stück okay also jetzt habe ich noch Warte Sammy warte ja okay alles nahe zwei Magazine von der ACP also 45 ACP ja aber welches du hast warte 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 7RND 7RND ja Moment ich kann daran nichts mehr nehmen ich bin voll hier okay also brauche ich einen Hammer nein brauche ich eine Axt doch wir brauchen was nach der Verbrauchung ich habe ich habe eine Axt ja eine Axt habe ich auch wer hat ein Gewehr? wer hat ein richtiges Gewehr? ich nicht ich habe ein Gewehr ich habe ein Gewehr Sniper Snoop habe ich also ich gebe dir mal was bist du vor mir? ich bin vor dir aber ich habe keinen Platz warte mal ich muss was rausschmeißen ich habe irgendein Zielfernrohr hier drinnen für Sniper weißt du nicht für wen das ist also meine Gewehre passt nicht das ist noch nicht für meinen Sniper ja weiß ich nicht ich nimm es einfach und dann kannst du es tun warte mal ich bin da dunkel hier was denn? du bist du von mir? ich bin der okay ich gebe dir erstmal die Munition raus also weißt du was absolut geil ist? ja Achtung dass wir alle vier aneinander hängen und irgendeiner von hinten kommt und alle gleichzeitig töten kann und jetzt kommt noch zweimal Munition Entschuldigung das ist dieselbe Munition ja ich auch ich möchte aber auch kein Mittwoch achso und noch einmal die 308 darf ich so also Frau du kannst dich ja so lange in den Schatten stellen okay das geht denn bei der Garage dass man dich nicht leichter sieht so ähm Moment ich gehe mal kurz in die Ecke kurz kotzen beobachte die Gegenden denn das ist online ne? 308 habe ich für dich auch noch welche wer hat 308? ach der ist Julien hast du Julien gegeben hast du auch Pistole und Zeug hast du drin ne? kannst du mal gucken was du für Waffen hast? ich habe hier ne 10mm Millimeter ja das hier ist die 357 da habe ich hier hab ich hier noch ah sie hat den Colt Marcus sie hat den 357er genau dann kriegt sie den und Semmy nicht den den hat sie ja sie braucht damit Semmy gib mir jetzt mal hier die Dings Munition her ja ich gebe jetzt erstmal das Ding was ich nicht mehr Zielfern ich bin nicht da hier bin ich ach so das hat er schon wieder gemerkt er nimmt ja er ist echt wie eine Mare im Spektrum ja jetzt muss es muss es mal was geht weil sie gut dann gebe ich in dir in Zukunft hier und so gibt es weiter was mag ich auch kriegt dann dran ja Leute wussten das Ziel von Rotterdam wir müssen wir ja die Zeit und schlagen dieses komische Spiel hier ich guck ganz kurz ob es drauf passt was du musst jetzt dran schrauben brauchst du ja schrauben brauchst du Nägel oder so brauchst du Nägel oder so brauchst du Nägel nee Ducktape wuuu 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 ok das ist keins Juli hast du Platz für das Rohr ja ok dann kriegst du nur mein Rohr wuuu 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 da ist das Rohr ok Sammy ich komm zu dir jetzt jetzt will ich deine Munition haben das ist jetzt zu wirklich richtig das bin ich wuuu 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 was soll ich jetzt rauswerfen die Munition die 45er ich teste ganz kurz die Lea das sind Lea ich hab keine Munition nur leere Bedingungen sind das nur Waffen ja ok hier also eins hast du hab ich zwei ja drei ok du hast die Munition dafür ja dann gibst du mal ja ok klar und halt ich kann es nicht nehmen ja wir stehen daneben ok ich kann es nicht nehmen Sammy warum nicht weil ich zu schwer bin warte ich hab's mal genommen er sucht er kotzt sie wieder aus alle drei wieder raus genau nimm du mal die Dino Sammy die drei auf hier da liegen die nicht mehr die soll Juli nehmen ich nehm ich hab keine Lust mehr ok so Juli komm zu mir jetzt schmeißen wir raus hier ok da jetzt hab ich sie wieder hab ich und da hab ich was machen sie ne ja ok jetzt teste ich ganz kurz Juli zu mir guck du hast 308er gell äh ja 308er also ich hab noch ein großes Maschinengewehr ne mhm 7,62er Magazin mit 11 Schuss wer hat das das hat Juli 7,62er ok wo ist Juli ja gut ich hab noch kein Gewehr aber hat er jetzt das kriegt er jetzt von dir äh Juli von mir kriegt er gar nix ich kenne ihn nicht mal Tanja du renst in die Ecke ne ich bin da achso ok irgendeiner muss ja überleben hier so du hast noch nur die 9mm ne von den Bogen ok pass auf Tanja ähm willst du hast du hast du die 22er Rounds äh nein ne ein leeres Magazin hab ich ok ich hab eine Waffe da mit leeres Magazin aber die die mk3 also die 22er Rounds hab ich selber ok dann schmeiß die jetzt gleich weg du kriegst von mir jetzt Tanja die 45er genau Juli weg da so nicht hingucken ist ein Passwort geschützt ach du und Tanja du kriegst ne Waffen von mir jetzt ne ja bitteschön bitteschön hast du ja hab ich ok pass auf jetzt kriegst du Munition dafür einmal darf ich kannst du gleich laden er wollte ich dann auch nicht reinmachen dann musst du was Taschenlampe wechseln mit der Waffe die Waffe bei die Taschenlampe reinziehen und dann kannst du die Munition reinziehen wer hat 5,5,6 45er Rounds wer hat die ich gar nicht so jetzt kriegst du nochmal was Tanja noch einmal warte wer da ist hast du ja und noch einmal so oh Julian läuft schon blass an ne ich vor dir ja hast du gut ähm die Juli hast du eigentlich noch Platz und Gewicht frei willst du die 9mm Patrone haben? ja kann ich kann ich nehmen die kann Markus haben ja die meine ich ach du ja ich hab noch ne 9mm Pistole ach du ja hab ich du brauchst sie nicht du hast ja ne ich bin da nicht okay die hast du weggeschmissen genau die hast du weggeschmissen hier ähm so ne schöne die schmeckt so Julian du kriegst von mir nochmal die mk3 wenn wir nämlich die Munition kriegen hast du da auch ne Pistole dafür bitteschön also ich hab jetzt 7 62er Magazin mit 11 Schuss drin ich würd das gern loswerden für ein Maschinengewehr ja jetzt hab ich Munition für ein Gewehr aber ich hab noch kein werfe so genau ich hab ein 30er RN 7 62er Magazin richtig das ist jetzt das was Julian hat die 7 62er also das geb ich ihm jetzt ok Julian geh zu Sammy ja ja hier hallo hinter dir hallo ja vielleicht mal deine deine dein Gesicht ein bisschen also hier sollst du aufhalten Achtung hast du es ja damit kannst du laden so weiter geht's Markus was muss jetzt hin ich hab noch so scheiß leere Magazine drin leere Magazine so pass auf ich hab jetzt ja diese 45er Round ok pass auf Tanja hat pass auf Tanja hat drei Magazine von deiner Waffe die sind aber voll bei der Tanja das heißt du kannst die eine ist aber auch zu null und die Patronen sind welche Waffe richtig diese rote Pisole genau das heißt das siehst du ja was sie hat du hast die rote Pisole hier oben ja das ist meine die hab doch ich da brauchst doch kein Magazin dazu Magazin das sind meine dann die Magazine die andere hat drei Schuss ja dann muss ich mir das geben Markus die andere hat drei Schuss ja eigentlich haben wir sie beide sieben gehabt und die eine hat einen Schuss drin gehabt also wirft das mal raus diese 45er Magazine weil die habe ja ich ich habe noch mal was für dich 5 5 5 5 5 5 56er 45er Rounds das ist ein Gewehr 14 Stück Spitzgewehr ich steh nicht vor dir ich steh nicht vor dir ja ich rede ja nicht mit dir ja ich doch rede ich schon mit dir aber ich guck ja ich hab sieben und drei Schuss jetzt ok siehste dann gib her was hat sie denn noch von der Waffe gar kein mehr dann in dem Fall ja bis auf die Reufe hier oben ja da habe ich den Bogen 6, 12, 18 Schuss dann hab ich meine beiden Böden noch ja also dann gib mir die Stole her dann hab ich die Stole hier mit den 22 Rounds zeig mal und ich hab die Monizone nochmal dann gib mir die Rote jetzt alles das 45er Zeug raus bitte los schnell bevor hier jemand kommt Mensch das ist ein Bazar hier echt die handeln gleich mit hier Achtung habt ihr auch noch was da für uns und was also Stole kommt ja ja die Person brauche ich nicht ja gib her weiter Magazine die sind wichtig ACP gell ja die sind 45er weiter fertig fertig das wäre Magazin auch noch ja gib her ok also Markus jetzt nochmal ja ich höre ich habe ich habe 14 Kugeln für ein Gewehr Markus hast du ein Gewehr ich habe ein Gewehr aber die 223er habe ich ah ich habe nämlich 5 56er 45er Rounds da haben wir doch nicht da das Gewehr was hat Entschuldigung für ein Gewehr was hast du noch gar kein Gewehr nein nein aber aber er hat die Munition schon mal dafür bekommen von mir falls wir die finden sollten ja was habe ich ihm grad für ein Magazin für Dings gegeben für ein Maschinengewehr ist die die 7 62er dafür hat er ja schon alles wenn er das bekommt das Maschinengewehr dann kriegt er die aber er hat noch gar kein Gewehr ne aber er hat jede Menge Kugeln dafür dann kannst du ihm ja vielleicht auch noch die Kugeln geben für so eine mhm das ist für ein 56er ja falls er die findet also wir können ja damit erstmal warten er hat ja er hat jetzt das Schnellfeuer magel er hat magische Maschinengewehr später ja richtig dann kriegt die Tanja jetzt diese 14 Patronen von ihr für das Gewehr genau also dann Tanja her damit wo bist du ne das bin ich das ist Vagus ne kannst du deinen eigenen Mann nicht erkennen oder was hier ich bin nein was ist das hier ich seh was nein nein da liegt was ich hab's aufgenommen ich hab's aufgenommen ich hab's aufgenommen ich hab's selber aufgenommen ich hab's selber aufgenommen ja also Jungs ja also pass auf es kommen die Patronen Achtung da ich hab's gehört ja ok gut aufheben falls du so ein Gewehr findest so jetzt schmeiß ich alle leeren mal 45er also ich hab ich hab so komische ähm magazine dabei für für eine Schnellfeuerwaffe für 45er aber nicht für eine Pistole ne ja das schmeißt sie raus also zweimal zumindest wenn wir sind ja leer also zwei heben auf als alle die 45er findet richtig und einen in die andere Hand sie raus schmeißt ok 2 schmeiß ich raus und nun habe ich alles gut das war doch gar nicht so schwer hehehe 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 jetzt stell dir mal vor Marcel wärmer hier gewesen ey oaah also noch mehr teilen ok das Haus bestimmt wieder neu geloatet bestimmt wieder neue Sachen drinnen Prozent neue Waffen neue Munition meine Radioaktivität ist immer noch sehr hoch es wäre schön wenn ich wieder in Bund sehen habt ihr vielleicht Essen wie sieht bei euch euer Essen aus ich hab keinen zu tun ok ich hab 23 noch Essen? ja und nichts mehr dabei? hat keiner Dosen dabei? nein doch nicht hallo auch der meldet sich immer nur kurz auf dem Abnippeln leg immer Euros hin dann weiß ich auch ich hab ja ich reagiert doch schneller ich könnte dich auch mal fragen ich bin nicht Julien du hörst uns wie mal Abnippeln ja und nö nö solange wie sie nicht betteln nein gibt's auch nichts der wovor mir steht ach du bist das Frau achso Frau ja ich hier krieg Stunfisch ich bin ja mal gespannt wann sie weibliche die Leute hier einbauen braucht man ja auch noch was? also kriegst du eine Kartoffel ähm folgendes Achtung ich bin leider schon richtig schwer vom Gewicht ne auch gleich bei mir geht's noch 76 oh der Kartoffel so hoch also denn ich habe ein ein Zelt hab ich dabei ja eben den hast du ja letztens ausgenommen genau und das Schild hab ich dabei ok also dann gehen wir los sollen wir grad die Hütte umbauen? geht denen das jetzt normalerweise oder nicht? also ich hab äh zweimal Nägel dabei ich hab auch einmal Nägel dabei Schild gebaut werden muss ich hab ne Axt dabei ich hab nen Spaten dabei ich hab eigentlich alles dabei ich hab auch ne Axt wo auch immer die ist ah da ok äh ja das Haus ist doch cool eigentlich zum kann ich kann ich nicht das Schild das Schild hab ich vor mir ist alles rot ja bist du dritte? nee draußen mehr nein draußen mehr nicht das ganze Gelände praktisch geht nicht und wieso ging das bei dem einen Leuchtturm dann? weiß ich wahrscheinlich irgendwie im Back gewesen noch jemand in der Weltverschläge ne ok also hier gehts nirgendswo runter wenn er bei dir reingeht nimm mit nimm mit ja ne große Axt hast du oder du kannst zwei Axt ach so du hast einen Bogen ja du hast einen Bogen ja hat sie einen Bogen oder was hat sie? ja ja beides jetzt einen Bogen und eine Dings hier eine Armbrust ok weil ich hab auch eine Armbrust dann kann ich ja meine rausschmeißen ja eben da sollte sie die Pfeile benutzen er hat eine Pfeile ich hab keine Pfeile dabei nee nur Pfeile? cool ok dann schmeiß ich die Armbrust jetzt raus die Crossbow finde ich wenigstens ein bisschen leichter Entschuldigung findet sie sowieso hm Staubsauger haben wir eine Spitzhacke gefunden Spitzhacke ist super Spitzhacke ist super Rauch habe ich doch auch schon na ich habe ich habe noch eine Spitzhacke und ich habe eine Axt ich habe nur Messer ich sehe jetzt finde ich was zu günstens speziell ist hinter ein Auto versteckt ja 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 und nun haben sie alles schon da habe ich sie dahin geliebt so da war doch ein Weg oder ja ja weil ich würde die Rage der Aktivität loswerden ich merke den Knochen ich kriege Knochen Schwund das ist das ist das ist Antibiotika das ist wegen Schnupfen oder so was das sind die weißen Pillen da steht sogar radioaktive Zeichen drauf ich guck mal Briefkarte da steht drauf anti-rad das ist das ist das ist so krüden aus der steigt auf jeden Fall nicht das 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 ist die Bestattung müssen da steigt schon lange nicht mehr dann steigt schon lange das ist das ist